Es geht dabei um Lorelei Hazel, deren Vater eine große Einrichtungsfirma hat, die dementsprechend gut auch dasteht und der durch Zufall an einem eher unscheinbaren Taxifahrer gerät, der jetzt seine Tochter unterstützen soll in der altidischen Arbeit. Genau. In diesem Fall geht es um die Weihnachtsfeier, die stattfindet. Da hat sich todesmutig ein Knopf auf den Mund genommen. Genau. Und heißt Lorelei und der Grinch. Also. Garantiert nicht, protestierte Bradley und schlüpfte durch einen Spalt zurück in sein Zimmer. Er hatte Annika, oh Wunder, nicht umsonst um Hilfe gebeten, wenngleich er sich dadurch erhofft hatte, sie würde für ihn lügen. Weihnachten an sich war ja schon schlimm genug, aber Weihnachten in der neuen Firma? Er hatte keine gute Erinnerung an Halloween und dem Desaster im Projekthaus in Maryland. Lorelei hatte es zu verdanken, dass sein Lohn nicht gekürzt worden war. Dass die sündhaft teuren Dielen ruiniert waren, war schließlich ein Unfall gewesen. Dennoch, Mr. Hazel konnte sich für diesen Job keinen besseren vorstellen. Seither bestand sein Leben aus Teppichproben, Farbmuster und jeder Menge Bauschutt. Offiziell durfte er sich nun Loreleis Partner nennen. Mr. Shepard, der Mann fürs Detail, stand auf seiner Visitenkarte, die er von Mr. Hazel kurz nach erfolgreicher Schlafzimmergestaltung in die Hand gepresst bekommen hatte. Nun hieß es Anzüge und Lackschuhe tragen. Nicht, dass ihn das sonderlich störte, aber manchmal vermisste er schon seinen schäbigen Taxi-Look. Jobbinghose und Shirt, Hauptsache bequem. Außerdem ließ ich in diesen Klamotten wesentlich einfach Fastfood essen. Brett schwingt ein Knackasch hier raus und zieht dieses Kostüm an. Annika, seine Mitbewohnerin und zeitgleich beste Freundin, schien zu keinerlei Kompromissen bereit. Und die Tatsache, dass er dringend auf die Toilette musste, das Rootbier wollte wieder hinaus, suggerierte ihm bereits jetzt das Scheitern seines Verschanzversuchs. Ich ziehe keine Strumpfhosen an. Er hörte deutlich, wie Annika auf der anderen Seite der Tür prustete. Brett, es ist ja nicht nur eine Strumpfhose, verteidigte Annika, wie ihr Kostüm war. Eine Strumpfhose, die in einem Pelzschal endet, das macht es nicht besser. Sie hatten kein Weihnachtsmannkostüm mehr. Überhaupt, hast du eine Ahnung, wie viele Mitarbeiter auf dieser achsetrollen Christmas-Geschäftsparty rumrennen werden? Du musst anders sein, du musst individuell sein, du musst der Grinch sein, Brett, schwang Annika ihre Überzeugungsrede. Nur mühsam gelang es ihr, sich ein Lachen zu verkneifen. Es war natürlich gelogen. Es hatte noch jede Menge Weihnachtsmannkostüme gegeben. Aber wegen ihm konnte sie das letzte Einkommen nicht zu Ende schauen. Etwas, was zu ihrem Weihnachtsritual gehörte. Und das alles nur, weil sie sich vergangenes Jahr sein Weihnachtsmannkostüm ausgeliehen und es ihrem Freund gegeben hatte, um sich danach von ihm zu trennen, noch bevor er es ihr wiedergeben konnte. Sie wartete, dass Bradley, äh, aha, das wusste Bradley genau. Er konnte sich bildlich vorstellen, wie sie mit verschränkten Armen an dem Türrahmen lehnte, ihre schwarz lackierten Fingernägel nach abgesplitterter Farbe untersuchte und ab und an eine ihrer schwarzen Haarsträhnen um den Finger zwirbelte, wie sie es immer tat, wenn sie wusste, dass sie gewinnen würde. Der andere nur noch nichts davon ahnte. Bradley schaute aus dem Fenster. Es war dunkel geworden in New York und dennoch erkannte er deutlich die glitzernden weißen Flocken, die vom Himmel fielen, um sich auf seiner Fensterbank niederzulassen. Dann schaute er auf die Uhr. Er musste reagieren. In einer halben Stunde stieg die Bradley. Er hatte keine Zeit mehr, um zu verhandeln oder sich einen Plan B auszudenken. Resigniert öffnete er die Tür und blickte in das verschmitzte, lächelnde Gesicht von Annika. Sie trug noch immer ihre türkisfarbene Pudelmütze und die globigen Boots, die ihr bis zu der Warte reichten. Lässig und ohne ein Wort des Triumphes hielt sie ihm den Kostümtraum in grün vor die Nase und zwinkerte. Zum Maskebitte hier entlang flötete sie sich vergnügt und deutete mit der feinen Hand in Richtung Badezimmer. Bradley rollte seufzend mit den Augen, nahm den Kleiderbögel an sich und überquerte den Flur. Ungeduldig lief Lorelei am Eingang auf und ab. Jeden Augenblick würde ihr Vater die Weihnachtsfeier eröffnen und von ihrem Partner fehlte noch immer jede Spur. Sein Handy war ausgeschalten. Zumindest meldete sich stets die Mailbox und auch die Anrufe über den normalen Anschluss flüchten ins Leere. Wenn gleich Lorelei wusste, dass Bradley nicht alleine wohnte. Nun denn, es war Weihnachten. Zeit für Zweisamkeit, Zeit für die Familie. Vielleicht war seine Mitbewohnerin ja zu ihren Eltern und nun versank der angeblich so gestandene Mann in Selbstmitleid und saß weinend auf seinem Bett. Lorelei schüttelte den Kopf, als Bradley in ihren Gedanken nur mit einem Handtuch begleitet auf seiner Bettkante saß. Vielen Dank.